In einer gewissen Art und Weise schon, weil er war der erste Trainer, der mir vertraut hat auf der zentralen Position auf langer Zeit zu spielen. Und da verspüre ich schon Dankbarkeit. Natürlich wusste man das vielleicht auch nicht vorher, ob das so gut klappt. Aber er hat mir vertraut und es hat geklappt. Und für mich spielt natürlich die Situation mit dem Trainerstab, mit der Mannschaft ja auch eine wesentliche Rolle für das, was ich verlängert habe.